Ok, also... Die Dame hier als erstes. Wir können hier den Tisch umwerfen. Aber wir schießen ja keine sechs Spaden. Das heißt, ich kriege den auf gar keinen Fall, obwohl mit Fächeln würde ich ihn vielleicht kriegen. Fächeln geht aber nicht, sobald ich mich bewegt habe. Wir müssen ja erstmal aus der Gefahrenzone rauslaufen. Aber wir gehen diesmal mit ihm hier runter. Und knallen jetzt die Dame hier weg. Oder auch nicht. Nietzsche und Orko sind da. Hi, wunderschönen guten Abend. Den Leibwächter, der steht offen jetzt. Wenn wir hier in die Tür gehen, kriege ich den. Anstreffer. Okay, wie sieht es aus mit Fächeln? Null Prozent. Wieso treff... Der da oben ist nicht. Ja... Gut. Gehen wir hier hin. Ah, wir probieren die. Weil wir die rausnehmen können. Den anderen hätten wir nicht rausgekriegt. Ähm... 39. Wie ist der Reibenpuff? Ja, ja. Da trifft es genau hier. Ähm... Wildwestbordell. Ähm... 39%. Ist nicht viel, oder? Soll mal woanders hinlaufen. Aber die Damen haben angefangen. Genau. So... So schaut's aus. Ja... Ja, die steht gut. Die... Die kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Wieder einen. Da muss man jetzt schon langsam wieder ans Heilen denken. Ähm... Wir laden den mal nach. 50%. Okay. Immerhin. Ähm... Ja... Ne. Was haben wir gemacht? Getrocknete Heilkräuter. Einmal. Und dann... 35%. 35%. Das ist erbärmlich. Ja, wir probieren's. Das... Ähm... Wir rauben ihm damit zu wenig... Ähm... Zumindest etwas Glück. Für die nächste Runde. Für die nächste Runde. Okay. Minus 35 Glück. Jetzt steht er aber komplett offen. Jetzt bauen wir glaube ich auch kein Glück, so wie er jetzt steht. Das müssten wir von hier jetzt eigentlich... Notfalls wechseln wir die Seite, oder? Ja... 60%. Machen wir mal. Hm. Okay. Wir haben dann Nachladen und Musketenschuss. 45. Wir sind nur 45. Verdammte Axt. Hm. Er trifft zu 55. Ah... Probieren. Hat er natürlich wieder Glück bekommen. Und er ist auf 1. Der Schuss geht jetzt vorbei. Der 45% Schuss geht jetzt hundertprozentig vorbei. Ähm... Wir probieren den. War klar. Minus 60 Glück. Ja, jetzt rennt er raus. Muss allerdings nachladen. Aber mit dem einen HP kann man ihn jetzt auch erwischen, wenn er in voller Deckung steht. Weil einen Schaden macht man auch trotz der vollen Deckung. Mit etwas Glück kriegen wir ihn da raus. Und sein Glück sollte relativ aufgebraucht sein. Ist zwar jetzt nur ein 30% Schuss. Was kriegt er hin? 25. Ich glaub... Warte mal. Jetzt probieren wir jetzt... Wir schießen zuerst mit ihm hier. Er trifft nur zu 25%, aber wir rauben ihm weiteres Glück. Oder auch nicht. Geht auch so. Wunderbar. Dann... Dann... Wo sind die nächsten Gegner? Wo sind die nächsten Gegner? Ist das jetzt schon an der Zeit, hier raus zu gehen? Das... Hier oben waren auch noch Gegner, ne? Das ist... Wir warten mal noch. Wir laden... Ich lass die mal noch ein bisschen näher kommen. Wir laden mal beide Waffen nach mit ihm. Ah, die andere ist geladen. Wir warten trotzdem. Wir geben die Runde ab. Wir haben keine Ziele. Wir werden den Zug. Wie bei XCOM... Wie bei XCOM... Ja, manchmal... Manchmal hat man das Gefühl, dass es... Dass XCOM gescriptet ist, ne? Egal... Egal, was für Prozentwerte da stehen. Manchmal ist es echt kurios. Ähm... 60%... Hier ein 50%. Wir probieren's. Yes! Direkt mit 8 HP rausgeknallt. Sehr gut. Ähm... Wir haben jetzt hier oben einen. Ja... Ich könnte hier ans Fenster gehen. Aber... Dann flankiert uns der hier. Also... Momentan kommen sie von beiden Seiten. Das ist... Schlecht. Mh... Können wir hier hinter die Bar? Ne... Auch keine Deckung. Hier... Auch nicht. Ich glaube, wir bleiben noch da, wo wir sind. Mal was geht. 24% ist natürlich wieder... Wir laden nach. Und schießen. Naja... Immerhin. Jaja... Unser Kampfpony ist da. Ah... Steht schön in der Tür. Um... 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 59% Jawoll Nächste raus Wir probieren den hier Sehr schön Nächste Long War Der nächste Long War wird auf jeden Fall ein Wie heißt es War of the Chosen Long War Also Ja ich habe momentan noch Einiges anderes Vorher auf der Agenda was ich Was ich noch spielen, streamen und aufnehmen möchte Also das wird Tatsächlich noch ein bisschen auf sich warten Wanky K 54 Muss mich aber Bewegen, das hat keinen Sinn Wir gehen da hinten rein Jetzt darf ich den gar nicht, verdammt Okay Dann laden wir die Muskete nach Und er Ich komme jetzt nicht ums Der Fleisch rum Glück ist auch aufgebraucht Hier Dieses Scharfschützengewehr Dieses Elefantengewehr Ist eigentlich ziemlich Schlecht Ja es war Es waren 500 Es waren über 500 Folgen Ja Wir wechseln hier auch Die Position Mal mit ihnen Vielleicht locken wir sie jetzt In die Mitte des Raums So dass wir sie erwischen können Wir hören Bewegung Ah ok Das war vermutlich der hier Der ist jetzt wieder hier raus Marschiert Das heißt Wir gehen erstmal hier hin Ah Da hinten ist er Sehr gut David Vega Getötet Dann gehen wir hier hin Hm Sehen nix Nachladen Wie viel sind es noch Drei Würde ich aktuell sagen Oder Ja vier Mit der Dame Wenigstens tut er uns Ne Oh Gott Es sind doch noch fünf Es sind noch fünf Aber gut Der steht Sehr sehr nice Okay Wir laden die Muskete nach Für die nächste Runde Und knallen ihn dann aber mit Dem Revolver Okay Jetzt Aha Kommt Schön herein Ui Das gab aber 90 plus oben drauf 90 90 Glück oben drauf Auch wieder ganz gut Hm Machen wir hier jetzt immer zwei Schuss Um So eine Dame rauszunehmen Aber wir nähern uns ein Ah Xenonauts Ja das ist so viel Und ich hab jetzt auch wieder Ich hab jetzt auch wieder Ähm Auch die Die Wie heißt es eigentlich Diese 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 Xenonauts 2 Oder Ist das Oder spielst du Oder was spielst du Das Oder das 1 Da Leute Verrum Gut ist es bei Xenonauts 2 Überhaupt noch irgendwas In der Entwicklung Oder Ist da Ist das eingefroren 34% Okay aber Die linke Seite Ist jetzt Ähm Ja aber man konnte Doch da irgendwie Ne Ne Konnte man da nicht Ne Beta spielen Oder sowas Oder Irgendwie Early Access Mir war so Okay hier drüben Ist frei 34% Ist Ist nicht viel Aber Komm Ja Ja 1 Immerhin Boah Ja gut Er kommt Er kommt rein Das rechnen wir Ihm hoch an 49% Warte mal Da schießen wir Zuerst mit dem Anderen drauf Und nehmen ihm Das Glück Wenn es irgendwie geht Aber dann müssen wir Hier runter Genau Jetzt treffen wir ihn sogar Hat er Glück bekommen Echt Habt ihr jetzt Probleme Gerade Oh ja Ich sehe es Oh 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 Nur noch 2 HP Nein, ich bin Kleister. Nein, 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 das ist jetzt, das ist bei mir. Ich sehe es auch gerade. Hm. Ich glaube, das hat, ich glaube, das hat was mit der Webcam zu tun, ne? Wenn ich die ausschalte, sobald ich die ausschalte, ist es, glaube ich, okay. Wenn ich die reinhaue, fängt da wieder an, oder? Hm. Ah, ich muss demnächst mal wie echt die kompletten Settings wieder überarbeiten. Irgendwie bin ich gerade überhaupt nicht mehr zufrieden. Es läuft weder der Sound noch die Grafik irgendwie rund. Hm, hm, hm. Wo gehen wir hin? Ich will jetzt nicht zu voreilig rausstürmen. Bähl dich auf ein Feld mit einem toten Charakter, um drei zurückzugewinnen. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich jetzt hier hinstelle, sind wir doch... Hier hinten war noch einer, oder? Dann kann der uns doch wieder treffen. Hm. Komm, wir probieren. Wir probieren es jetzt trotzdem mal. Ah. Hä? Hä? Zählt? Ah, das zählt nicht als Feld mit einer Leiche. Die hätte mal hier hinlaufen müssen. Voll. Dann gehen wir jetzt da hinten rein. Hier laden wir nach. Hier nehmen wir zumindest Glück. Naja, jetzt wird die Dame ungeduldig. Und stürmt vor. Und der nächste. Jaja, okay. Jetzt, jetzt, jetzt machen sie es uns, glaube ich, einfach. Ähm. Moment. Probierst jetzt hier hin. Aus denen weg. Und dann... Oh Gott. Da... Ich wollte... Auf die andere Seite rein. Die Scheiße. Äh. Können wir vergessen. Müssen wir wieder rein. Ha. Fünf und drei. Wenn ich... Ich glaube, das sind die letzten. Okay. Was? Stop. jetzt sind wir mal dran, jetzt gehen wir mal setzen wir hier mal den Kannibalen ein das Feld hat er mir vorhin angezeigt ach jetzt ist die Leiche was ist denn jetzt passiert hat sich die Leiche ja aufgelöst in der Zwischenzeit das ist ja schräg Gott, dann rücken wir mit ihm weiter vor zu Harden, aber da wir ah da hinten ist noch einer fuck wow 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 so du jetzt wird man der Kannibale hier endlich eingesetzt plus 3 steht ähm Gott Elixier der Heilung füllt die Gesundheit vollständig auf uiuiuiuiuiuiuiui so was schreibt dort fair rum äh den sie ist her ja ich bin mal gespannt bis da weiter geht da bin ich da bin ich auch sehr gespannt ob da in richtung x kommt drei oder sowas in der art kommt da oben ist auch noch eine person das könnte sein ja dass da war zumindest am anfang war da noch einig weiß allerdings in der zwischenzeit nicht ob die da mittlerweile ob die sich raus bewegt hat oder nicht wir gehen wir dahin jetzt da sind sogar noch zwei damen nein wir sind leer beide waffen leer verdammt angst man 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 ok wir gehen hier mal über dieses gebäude ok das ist nämlich leer da sind wir safe so die steht ja immer noch da so 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 super komme ich denn nicht mehr so bei wie ich will nach ist da was wir stürmen jetzt an ihnen vorbei gehen hier rein und er geht hier vor daneben ich denke jetzt kriegen wir ja 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 kommen schön offen stehen bleiben die war frau wurde getötet und wir bisher sieht das feindfrei aus oder nee da oben ist eine oben und dann gehen wir langsam hier rein und laden die muskete ist geladen okay dann laden wir den revolver noch nach die lädt und schießt bei schaden gut stimmen wir jetzt da oben okay müssen wir auf jeden fall weg machen die nervt hier auch 25 prozent 29 prozent das bringt überhaupt nichts wir müssen das ist auch alles nur halbe deckung ja wisst ihr was wir gehen hier raus wir locken herangehen funktioniert ja nicht herangehen funktioniert ja nicht bei dem spiel wenn du in diesen radius reinläuft dann bekommt er kommt bekommt sie an freischuss aber die müssten wir doch jetzt oder warum ist das diese wenn man diesem radius schießt geht doch komplett blank wieso sind das denn so beschissene werte hier 54 die frage ist ob die dame uns sechs schaden schießt wenn schießen wir 52 prozent die steht direkt vor uns was ist denn hier los 39 prozent ist das ist doch und steht und sie steht immer noch da wo sie stand dachte sie folgt uns gut so damit haben wir ihn randy harden hier ist abgesiegte kobra vulkan pistole schnapps flasche und opium und er hat ja was man bekommt wenn man zu lange in einem bordell gefangen ist er hat syphilis aber ich glaube wir haben hier ja jetzt wirklich alles niedergemäht ich glaube die dame gegen die wir gerade kämpfen ist die letzte hier ne gut dann bringen wir mal die anderen beiden jetzt auch entsprechend dran und dann müsste das eigentlich geschafft sein wir lassen ihn hier stehen eben haben wir schritte gehört aha ok jetzt jetzt können wir das war's auch sehr geschlossen sehr schön gut ok dann sind wir jetzt zu dritt ein plätzchen haben wir noch frei und das müsste dieser 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 pinkerten typ sein den wir da noch rekrutieren können jetzt pepper jetzt ist zeit für meine pinkelpause ich bin gleich wieder da jetzt 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 Untertitelung des ZDF, 2020